Hallo und herzlich willkommen auf Xound.com. Mein Name ist Hage Schmitz. Im folgenden Video geht es um Motus neue AVB-Interfaces. Seit der NEM-Show im Januar diesen Jahres hat Motus AVB-Interface-Familie mit drei weiteren Geräten Zuwachs bekommen. Während die allerersten Geräte im AVB-Standard recht üppig ausgestattet waren mit ganz vielen verschiedenen analogen und digitalen IOs, hat man sich bei den neuen Interfaces auf ganz spezifische Aufgaben konzentriert. Das erste Interface ist zum Beispiel ein spezielles MADI-Interface, genannt auch M64. Ein weiteres Interface kümmert sich um das ADAT-Format. Und das dritte Interface stellt schließlich eine Brücke zwischen dem AVB-System und ASEBU oder SPDIF dar. Für alle, die mehr über das AVB-Konzept erfahren möchten, verweise ich auf die entsprechenden Videos in unserem Xound-YouTube-Kanal. Doch zunächst möchte ich mal kurz zusammenfassen, was sich hinter dem AVB-Konzept überhaupt verbirgt. Nun, was bedeutet AVB? Die AVB-Audio-Interfaces unterscheiden sich von herkömmlichen Audio-Interfaces darin, dass sie netzwerkfähig sind. Das erste Audio-Interface wird immer mit dem Host-Rechner, sei es PC oder Mac, verbunden. Das ist der Rechner, auf dem auch die DAW-Software läuft. Die Anbindung erfolgt in der Regel über USB 2.0. Immerhin habe ich mit USB 2.0 bis zu 64 Kanäle rein- und raus zur Verfügung. Möchte man noch mehr Kanäle, so sollte man eins von den AVB-Thunderbolt-Interfaces verwenden. Damit schafft man locker die doppelte Kanalzahl. Das zweite Interface wird nun über ein einfaches CAD-5-Kabel angeschlossen und somit habe ich schon ein kleines Netzwerk installiert. Möchte ich noch mehr Audio-Interfaces mit dem AVB-Standard im Netzwerk integrieren, so benötige ich einen sogenannten AVB-Switch. Jeder AVB-Switch unterstützt dabei bis zu 5 Geräte und mehrere AVB-Switches lassen sich auch wieder kombinieren, sodass ich ein großes Netzwerk aufbauen kann. Alle AVB-Audio-Interfaces arbeiten mit einer Auflösung von 24 Bit und erlauben Sample-Rates von 44,1 bis 192 kHz. Die AVB-Discovery-Software verfügt nicht nur über die Fernsteuerfunktionen der konkreten Interface-Parameter, sondern bietet auch eine Routing-Matrix. Die Routing-Matrix erlaubt es, jedes einzelne Audiosignal, was einem Rechner- oder Interface-Kanal anliegt, zu jedem Punkt im Netzwerk, also auch zu einem anderen Rechner- oder Interface-Kanal zu routen. Das Ganze erfolgt über sogenannte AVB-Streams, wobei jeder AVB-Stream 8 Audio-Kanäle beinhaltet. Insgesamt, je nach Rechner-Performance, sind bis zu 16 AVB-Streams möglich, was insgesamt 256 Kanäle in beide Richtungen ausmacht, die man übers Netzwerk transferieren kann. Jedes AVB-Audio-Interface verfügt über einen 48-Kanal-Digital-Mixer sowie über einen kleinen Monitor-Mixer. Das eigentliche Mixer-Processing erfolgt in den DSPs der Audio-Interfaces, sodass der Host-Rechner nicht belastet wird. Die Bedienung der Mixer-Oberfläche erfolgt ebenfalls über die AVB-Discovery-Software, wie wir gleich sehen werden. Auch wenn die Bedienung der AVB-Interfaces in der Regel über die AVB-Discovery-Software erfolgt, verfügt auch jedes Gerät über eigene Bedienelemente. Hier haben wir zum Beispiel vier Tasten wie Back, Select und zwei Pfeiltasten, mit denen man sich durch die Menüstruktur des Interfaces durchsteppen kann. Die Taste ID ruft die netzwerkspezifischen Daten auf, wie zum Beispiel IP-Adresse, um das Gerät im Netzwerk zu identifizieren. Wie wir eben bereits gesehen haben, sind die neuen AVB-Interfaces in kompakten Gehäusen in halber 19 Zoll Breite untergebracht. Mit speziellen Klammern lassen sich jeweils zwei Gehäuse zusammen montieren, sodass man sie in einem normalen 19 Zoll-Rech installieren kann. Das erste Modell der neuen AVB-Interface-Reihe ist das 8D. Eingangs- wie ausgangsseitig bietet das 8D bis zu vier Kanäle AES-EBU und vier Kanäle SPDIF, wobei die Inputs alle mit einem Sample-Rate-Konverter ausgestattet sind, sodass man auch andere Formate entsprechend umwandeln kann. Nun fragt man sich natürlich, was macht das für einen Sinn, wenn ich jetzt ein 64-Kanal-Interface habe und habe aber im Interface selber nur vier AES-EBU und vier SPDIF-Ein- und Ausgänge. Naja, ganz einfach. Wie ich eben schon gesagt habe, lässt sich ja über die Routing-Matrix jedes Signal im Netzwerk auf jedes beliebige Interface routen und dann macht es plötzlich Sinn. Außer der regelbaren Kopfhörerbuchse auf der Vorderseite der Interfaces finden wir sämtliche Anschlüsse auf der Geräterückseite. Dieser Bereich hier ist identisch bei allen neuen Interfaces. Da haben wir zum einen den Netzteilanschluss für das externe Netzteil, die USB 2.0-Buchse sowie den Ethernet-Port für das AVB-Netzwerk. Falls wir das gesamte System über eine externe Clock synchronisieren möchten, finden wir hier noch zwei BNC-Buchsen für Clock-In und Out. Das nächste neue AVB-Interface ist das LP32. Ich tue das 8D mal gerade weg. Das LP32 bietet vier ADAT-Ports. In einem Gerät stellt somit eine Brücke zwischen ADAT und AVB dar. Hier sehen wir auf der Rückseite wieder die gewohnte Sektion mit Netzteileingang, USB 2.0-Schnittstelle, Ethernet-Clock-Anschlüssen und hier sind jetzt die vier ADAT-Ports in wie out. Jeder ADAT-Port verfügt über acht einzelne Kanäle, sodass ich insgesamt auf 32 Kanäle komme. Die ADAT-Ports des LP32 lassen sich auch als SMUX-Ports betreiben. Dabei hat man dann doppeltes Sample-Rate, wobei sich die Zahl der Kanäle halbiert. Unabhängig davon kann jeder Port auch als SPDIF-IO verwendet werden. Kommen wir nun zum letzten Modell der neuen AVB-Interface-Reihe, zum M64. Das M64 ist ein spezielles MADI-Interface. Ich drehe es mal gerade um. Das M64 verfügt über zwei MADI-Schnittstellen, einmal Coaxigal und einmal Optik. Pro MADI-Schnittstelle liefert das Gerät bis zu 64 Kanäle rein und raus. Das heißt, insgesamt komme ich auf 128 Kanäle Input und 128 Kanäle Output. Das bezieht sich allerdings auf die Sample-Rate bei 44,1 oder 48 kHz. Arbeite ich mit doppelter Sample-Rate, dann halbiert sich natürlich die Zahl der Kanäle. Durch die beiden parallelen MADI-Coax-Ausgänge erspart man sich sogar einen Splitter, wenn man das Signal verteilen muss. Hier sehen wir nochmal die bekannten Schnittstelle, also WordClock-Ausgang, AVB-Netzwerkanschluss, USB 2.0 und den Netzteilanschluss. Die Installation der AVB-Discovery-Software, egal ob beim Mac oder beim PC, ist kinderleicht und dauert nur wenige Minuten. Was man mit der AVB-Discovery-Software alles anstellen kann, zeige ich euch jetzt. So, ich starte jetzt mal die AVB-Discovery-Software. Ich habe zurzeit zwei Interfaces angeschlossen. Das ist einmal das 8D und das M64. Die tauchen auch hier beide auf. Auf der linken Seite finde ich verschiedene Tabs. Das Device-Tab ermöglicht mir Zugriff auf die speziellen Interface-Parameter. Das Tab Routing ermöglicht mir Zugriff auf die Routing-Matrix, über die ich bereits gesprochen habe und diese beiden anderen Tabs führen mich zu den Mixern. Hier oben finde ich verschiedene Parameter, mit denen sich das Interface konfigurieren lässt. Angefangen von der Sample-Rede über verschiedene Clock-Einstellungen bis hin zur Puffergröße. Die hängt natürlich davon ab, wie schnell mein Rechner ist oder wie schnell das ganze System ist. Hier oben ist eine ganz praktische Funktion. Hier kann ich zum Beispiel definieren, als was ich das Interface nutzen möchte. Entweder als Audio-Interface oder als MADI-Router oder als Converter, was auch immer. Das ist ganz praktisch. Ich kann jetzt einfach hier eine Funktion auswählen und dann stellt er schon automatisch die anderen Parameter entsprechend ein. Okay, kommen wir jetzt zu den Output-Settings. Hier kann ich nun die analogen Ausgänge der Interfaces verwalten. Da die beiden Interfaces lediglich über einen analogen Kopfhörerausgang verfügen, findet sich auch nur dieser Ausgang hier. Ansonsten sind die Interfaces ja rein digital aufgebaut. Drehe ich jetzt einen Kopfhörerregler des Gerätes, so sehe ich auch, wie sich das Ganze hier überträgt. Wie bereits erwähnt, ist das Routing beliebiger Audiosignale innerhalb des AVB-Netzwerkes über sogenannte AVB-Streams organisiert, wobei jeder AVB-Stream bis zu 8 Kanäle repräsentiert. Wie viele AVB-Streams ich anlegen kann, hängt von der Rechner-Performance ab. Bei meinem Rechner sind hier maximal 8 Input-Streams und 8 Output-Streams. Arbeitet man mit den allerneuesten Macs, mit Thunderbolt-Schnittstelle, so sind sogar bis zu 16 AVB-Streams möglich. Ich lege jetzt mal zwei AVB-Input-Streams an. Die tauchen auch jetzt gleich hier auf. Die Output-Streams, da mache ich jetzt mal, damit man es besser unterscheiden kann, vier Stück. Die tauchen nicht auf, die tauchen jetzt im anderen Interface auf. Hier kann ich nun im Prinzip bestimmen, was ich über den Stream empfangen möchte. Da habe ich jetzt zum Beispiel vom 8D vier verschiedene AVB-Streams, die ich im 8D angelegt habe. Da kommen wir aber später nochmal dazu. Die könnte ich jetzt einfach hier hinruten. Das heißt, alles, was ich vom 8D auf den AVB-Stream schicke, kann ich hier abgreifen. In diesen beiden Sektionen lassen sich nun die Input- und die Output-Bänke des Interfaces konfigurieren. Beim MADI-Interface haben wir Input-seitig halt nur die BNC-MADI und Optical-MADI-Schnittstellen. Bei den Output-Bänken kommt noch der Kopfhörer dazu. Habe ich jetzt andere Audio-Interfaces mit Mikrofon-Eingängen, Line-Eingängen, dann tauchen die auch hier auf. Wie bereits erwähnt, verfügt jedes AVB-Audio-Interface über einen eigenen Mixer mit bis zu 48 Digitalkanälen. Hier lässt sich nun einstellen, wie viele Kanäle der Mixer haben soll. Sollte man wirklich nur das einstellen, was unbedingt benötigt wird, um DSP-Power zu sparen. Hier geht es noch um spezielle Sachen für das MADI-Setup. Das können wir hier mal schauen, je nachdem, in welchem Modus ich arbeiten möchte. Und hier letztlich kann ich einstellen, wie viele Kanäle zwischen Computer und Interface hin und her gehen sollen. Also ich habe hier maximal 64, jetzt könnte ich das auf 16 limitieren. Oder hier auch. Oder ich möchte gerne ganz viele Kanäle haben. 64 als Input-Kanäle. Und brauche vielleicht, weil ich nur die Stereosumme abhören möchte, nur zwei Output-Kanäle. Wenn ich auf den Routing-Button klicke, öffnet sich die Routing-Matrix, über die ich schon gesprochen habe. Hier oben sehe ich alle Inputs und hier sehe ich alle Outputs. Nun klappe ich mal einen Pfad auf. Das sind die Signale zum Computer. Das sind diese vier AES-EBU-Kanäle. Jetzt kann ich das beliebig hier routen. Das heißt, der Input vom AES-EBU-Kanal geht zum Computer und so weiter. Gehen wir mal zu den AVB-Streams. Hier habe ich jetzt verschiedene Streams. Das ist AVB-Stream 1, Kanal 1. AVB-Stream 1, Kanal 2 und so weiter. Jetzt kann ich natürlich auch vom Computersignal hier hinrouten, wie ich es möchte. Praktisch ist es auch, dass ich direkt hier rüberziehen kann. Das heißt, ich muss nicht jedes einzelne Feld anklicken. So und schon habe ich eine Verbindung geschaffen. Ich habe jetzt mal umgeschaltet auf die Routing-Matrix des M64. Hier sehe ich auch schon die AVB-Streams, die ich im 8D angelegt habe, mit den Computerkanälen. Die tauchen hier als Quelle auf. Ich kann jetzt natürlich beliebig weiter routen, je nachdem, wie ich mir das Setup vorstelle. Ich kann auch bei komplexeren Sachen direkt hier mit der Maus drüber fahren und habe die entsprechenden Verbindungen kreiert. Gehen wir mal zum Mixer-Tab des Audio-Interfaces. Wie bereits erwähnt, verfügt jedes Audio-Interface über einen 48-Kanal-Digital-Mixer. Wie viele Kanäle ich wirklich aktiv haben will, kann ich im Device-Setup einstellen. Da habe ich ja eben 16 Kanäle angewählt. Das sind auch die 16 Kanäle. Bei 48 Kanälen wird das unter Umständen schon ein wenig unübersichtlich. Hier oben finden wir jetzt die Kanalbezeichnung. Hier kann ich jetzt beliebige Namen eingeben. Ich schreibe mal Test 2. Hier lässt sich jetzt jeder Mixer-Kanal in Mono oder Stereo umschalten. Man sieht auch schon, wie sich die Kanäle entsprechend verschieben. Hier oben lässt sich jetzt das Eingangssignal anwählen. Ich wähle jetzt mal den AVB-Stream 1, Computer 1 aus und gehe auf das Routing-Tab. Jetzt sehen wir auch schon, Computer 1 ist zum Mixer-Kanal 1 geroutet. Umgekehrt kann ich natürlich jetzt auch hier irgendwas auswählen. Ich gehe mal zum Test 2-Kanal und dann wieder zurück zum Mixer. Jetzt müsste das oben auch auftauchen. Hier sehen wir auch schon Computer 2. Jeder Mixer-Kanal verfügt über diverse Funktionsgruppen wie einen Hochpassfilter, ein Noise-Gate, einen 4-Band-parametrischen Equalizer, dessen Funktion auch hier angezeigt wird, einen Kompressor, dessen Kennlinie auch hier dargestellt wird, sowie diverse Aux-Sense. Insgesamt stehen 16 Aux-Sense zur Verfügung in Stereo. Die lassen sich jetzt hier auch in Mono umschalten. Dadurch bekomme ich entsprechend mehr. Die letzten beiden Aux-Sense spielen eine besondere Rolle, da sie dem internen Effektprozessor zugeordnet sind. Wie viel von dem Kanalsignal auf den Aux-Bus gehen soll, wird hier über diesen kleinen Regler eingestellt. Der lässt sich dann auch noch Pre- und Post schalten. Ebenso verfügt jeder Send über eine eigene Solo-Funktion, wie natürlich auch der Kanal selbst. Hier finden wir die Mixer-spezifischen Funktionen, wie Solo, Mute, den Fader und Panorama rechts-links. Hier links finden wir diverse Buttons, mit denen sich die einzelnen Funktionsgruppen displaymäßig an- und ausschalten lassen. So sieht man zum Beispiel jetzt nur die Feder. Ich kann jetzt die anderen Gruppen dazu schalten. Aber wie gesagt, es bezieht sich nur auf die Anzeige. Aktiv sind sie in jedem Fall, wenn sie halt hier über diesen Knopf aktiviert werden. Ich hoffe, unser Video über die neuen AVB-Interfaces hat euch gefallen. Falls ihr mehr über das AVB-Konzept erfahren wollt, verweise ich auf unsere entsprechenden Videos in unserem Xound-YouTube-Kanal. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Darüber würde ich mich freuen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.